So, und da sind wir wieder bei Let's Blanking the Parts. Gut, im letzten Part waren wir dabei, Prinzessin Yasmin zu retten, die ihr abhauen musste wegen Jafar. Und jetzt sind wir auch mit Aladin unterwegs und ja, ab zum Startportal. Oh, ups. Direkt wieder Gegner am Ammarsch. Wow. Ah, ich seh nichts, ich seh nichts. Seh nichts, seh nichts, seh immer nichts. Oh. So, oh, Goofy ist aufgestiegen. Plus Abwehrkraft, das ist sehr gut. Alles klar. Und wieder mal legt Aladin los mit seinen komischen Betonungen, sag ich mal. Gut. Stimmt, hier war es ja abgeriegelt. Gut, oh, da sind noch Gegner. Alles klar. Gut. Dann können wir weitermachen. So. Ach, hab ich's doch wohl gewusst. Komm schon! Oh, nicht runterfallen. Sora. Egal. Na ja, einfach in den Lagerhof rein. So. Komm schon! So. Gut, dann erstmal hier rüber, damit wir endlich zu diesem verschlossenen Bereich hier reinkommen. Gut. Auf zur Hauptstraße. Und da sind wir nun. So, was ist hier los? Hier ist alles versperrt. Ah, Goofy ist K.O. Au, au, au. So, erstmal. Erstmal Goofy high, weil die brauchen wir noch. Oh, das war genau. So. Aua. Hey. Nein. Hör auf. Wir müssen zaubern einige von denen. So. Guck, mach Goofy. Du, hier ist auch noch weg. Oh, nicht getroffen. Okay. Dann macht Adadin das. Gut. Ähm. Oh, hier sind noch Gegner. Au. Ähm. Au. Oh, perfekt. Oh, was ist das? Luna-Splitter. Uh. Ähm. Hier oben ist eine Kiste, aber ich glaube, an die kommen wir gerade nicht ran, oder? Nein. Okay, dann bin ich anscheinend von dem falschen Weg gegangen. Gut, hier. Aladins Haus. Wo landen denn? Ach, hier kann man auch raus. Hauptstraße. Oh. Moment mal. Dann landen wir ja hier. Hier. Hä? Wohin müssen wir denn? Hier führt doch kein Weg durch. Hä? Jetzt bin ich gerade wirklich verwirrt. Hier nach oben? Vielleicht gibt es hier noch einen Durchgang. Wenn ich was sehen könnte. Ach. Hier oben. Oh nein. Das geht jetzt. Ah, wohl. So. Ja. Hier. Hier lang muss ich. Und Sora springt runter. Natürlich. Ja gut. Dann locke ich erstmal alle runter. Oh. Noch ein Luna-Splitter, oder? Perfekt. Jetzt haben wir Sora. Kein Fehler. Danke. Ich könnte da lang. Aber ich gehe mal hier hinten lang. Weil ich will an diese Kiste ran. Ich glaube, hier muss ich sogar lang. Soweit ich weiß. Mega Äther. Hinterhof. Gut. Mal sehen. Und noch eine Kiste. Schutzgummi erhalten. Oh mein Gott. Wirklich. Ah. Was soll das denn für Nachrichten sein, Zwinker? Feuererring. Hm. Ja, den werde ich nicht ausrüsten. Weil ich habe ja schon zwei Feuerringer, die ich von diesen Feuerwappen bekommen habe. Und uh, 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 da sah ich was. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ähm. Zwei Feuerringer. Und die beschützen mich schon ziemlich gut vor Feuer. Ja, also, das reicht vollkommen, würde ich sagen. So. Da war nämlich ein Schlüsselloch, das ich benutzen kann. So. Ah, jetzt geht diese Tür da vorne. Auf. Gut. Kann ich hier noch was machen? Vielleicht hier diese Dinger. Oh Gott, das sind Gegner. Ja, okay. Die sind weg. Boah, das gibt so viele Tater. Und viel, voll, viel XP. Über Level-Ups kann ich mich nicht beklagen. Potion. Nice. Und hier kann ich eine Trio-Tech benutzen. Moment mal, die blaue Trio-Tech? Die müssten wir doch können. Aber dafür brauche ich einen Speicherort, um Donald noch dazu zu... Ja, ich gehe mal kurz zurück und wechsle wieder zu Donald, weil der braucht auch wieder ein bisschen Erfahrung, weil... Ich finde, es ist wirklich besser, wenn man bei den originalen Charakteren bleibt, weil... Weil mit denen muss ich mich dann ja durch die komplette Story durchschlagen. Und wenn Donald komplett unterlevelt ist, dann wird er mir einfach nur im Weg stehen. Der wäre einfach zu nichts mehr zu gebrauchen. Gut. Anadins Haus. Gruppe... So. Alles klar. Kamera, dreh dich. Danke. Moment mal. Hier kann man doch... Lagerhof... War ich da schon? Nee, da war ich auch nicht. Hey. Das ist nicht nett. Ach, da war ich schon im letzten oder vorletzten Part. Da haben... Da ist, glaube ich, Yasmin abgehauen, oder? Nee, 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 nee. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall waren wir hier schon. Also da gibt es, glaube ich, nichts mehr zu erkunden. Nein. Ja gut, dann kann ich ja auch wieder zurückgehen. Gut, da können wir durch diese Tür gehen, die wir gerade geöffnet haben im anderen Hof. So, wo war die nochmal, die war hier, glaube ich, hier. Ja, Palastplatz. Gut. Zurück zu Yasmin und Jafar. Perfekt. So, hm, kann ich die irgendwie angreifen oder so? Oh, okay. Wollte gerade eine bessere Position suchen. Du steckst deine Ziele etwas zu hoch, oder, Junge? Zurück in dein Loch, Ratte. Ich verbiete dir, die Prinzessin noch länger zu belästigen. Yasmin! Es tut mir so leid, Aladin. Genie! Hilf, Yasmin! Bitte! Noch ein Wunsch übrig. Du machst es mir wirklich sehr leicht. Tut mir leid, Junge. Dein zweiter Wunsch wurde abgelehnt. Huh? Tut mir leid. Ah! Und jetzt? Lebt wohl, ihr Ratten. Zum Angriff! Ja! Ah, Bossfight time, Bossfight time. Wow, wow, wow. Das Ding macht aber auch Schaden. Ich mein, was ist das denn für ein Ding? Ich mein, all diese Vasendinger mit Spinnenbeinen waren nicht schon unheimlich genug. Und da kommt noch so ein Riesending. Zelt. Ey, Moment mal. Nicht weglaufen. Hallo? Au. Au. Kopf, immer schön den Kopf angreifen. So, ein bisschen Donner dagegen. Wow. Anscheinend ist das gegen die Pflanzen sehr gut. Ach, Donald ist K.O. Wirklich, jetzt muss ich mich alleine durchschlagen? Ähm, ich positioniere mich doch lieber ein bisschen anders. Potion. Goofy. Oh, Maximum HP gestiegen. Perfekt. Das brauche ich gerade wirklich. Das brauche ich. So. Jasmin, keine Angst, wir retten dich schon. Hier gibt es keine Gegner mehr. Oh, Mitri leerts. Gut. Da hinten sind sie. Du lässt jetzt sofort Jasmin los, okay? Ich mach es dir einfach. Gib sie her. Los. Aua. Au. Aua. Ah, da habe ich nicht gerade gut abgeblockt. Das Ding hält aber auch eine Menge aus. Au. Hilft überhaupt, hilft es überhaupt zu blocken? Verwundert mich gerade. Aber naja. Wow. Wofy. Aua. Ich sollte eigentlich irgendwie mal ein bisschen ausweichen und nicht die ganze Zeit nur draufkloppen. Ich muss systematisch vorgehen. Ich muss systematisch vorgehen. Oder ausweichen. Aua. Wow, wow, wow. Hey. Aua. Was war das denn? Und wieder weggehen. Und wieder weggehen. Einfach eine Kombo reinhauen und dann einfach weggehen. Gut. Okay, okay, okay. Okay. Let's mal weggehen. Wow. Das ist ziemlich langsam. Und weg mit dir. Und Donald und Rufy erstmal auch ein Level ab. Perfekt. So. Boah, war das etwas nervig. Girlande erhalten. Jasmin! Auf in die Wüste! Kommt! Schnell! Naja. Oh, fuck mir. Perfekt. Wow. Wow. Alles klar, alles klar, alles klar. Oh, jetzt kommen noch diese fliegenden Dinger. Aua. Boah, diese fliegenden nerven mich gerade extrem. Boah, das war richtig knapp gerade. Ich will das Feuerding aber auch wegbekommen. So. Und jetzt kommen diese fliegenden dran. Hey. Schlag mich nicht andersrum. So. Boah, sind die gar nicht nervig. Boah. Ätzend, ätzend, ätzend. Hm. Wow, Donald, du bist auch wieder da. Hast den ganzen Spaß verpasst. Wie immer. Mann, 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 Mann. Boah, noch mehr Gegner. Oh, noch ein Luna-Splitter, oder? Ja. Oh, noch ein bisschen. Komm schon! So. Stadtportal. Döner schlagen! Wie gefällt dir ein bisschen Eis? Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, weswegen ich gerade nicht viel reden kann. Das ist ja auch sowieso egal. So. Hauptsache ich sterbe jetzt hier nicht. Ja. Daneben. Komm schon! Oh. Okay. So. Gut. Perfekt. Was ist das denn? Und da können wir dann gleich in den nächsten Part in die Wüste gehen. So. Ich will das Harder wie einfach hier sammeln. Das ist wirklich krank. So. Aber ich könnte, glaube ich, auch hier einkaufen. So, ich möchte einkaufen. Was gibt es denn hier? Ja, da gibt es eigentlich noch nicht viel. Ja, vielleicht mal ein paar High Potions dann. Dann sammeln wir mal drei. Auf das High Potion. Gut. Ja, das sollte reichen. So, erstmal einen neuen Speicherort setzen. So. Und ich hoffe... Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Ja. Beim nächsten Part gehen wir dann endlich in die Wüste. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.